Erster Brief Die Marquise von Merteu an den Vicomte von Valmont Kommen Sie, mein lieber Vicomte, kommen Sie zurück! Was machen Sie? Was können Sie denn bei einer alten Tante machen, deren Vermögen Ihnen doch schon sicher ist? Ich brauche Sie. Reisen Sie also unverzüglich. Ich habe eine vortreffliche Idee, mit deren Ausführung ich Sie betrauen will. Diese wenigen Worte sollten Ihnen genügen, und Sie sollten sich von meiner Wahl so sehr geehrt fühlen, dass Sie herbei eilen müssten und kniend meine Befehle entgegennehmen. Aber Sie missbrauchen meine Güte, selbst seitdem Sie sie nicht mehr brauchen. Ich will Sie nun von meinem Projekte unterrichten, aber schwören Sie mir zum Voraus, dass Sie als mein treuer Kavalier sich in kein anderes Abenteuer einlassen, ehe dieses nicht zu Ende geführt ist. Es ist eines Helden würdig. Sie werden dabei der Liebe und der Rache dienen, und Sie werden sich seiner in Ihren Memoiren rühmen können. Frau von Volange verheiratet Ihre Tochter. Es ist noch ein Geheimnis, das ich aber gestern von ihr selbst erfuhr. Wen glauben Sie wohl, dass sie sich zum Schwiegersohn aussuchte? Der Graf Gercot soll die kleine Volange heiraten. Wer hätte mir gesagt, dass ich die Cousine von Gercot werden würde? Ich bin wütend darüber. Und? Aber erraten Sie denn immer noch nicht? Was sind Sie schwerfällig? Haben Sie ihm das Abenteuer mit Ihrer Geliebten damals etwa verziehen? Und vergessen, wie sehr er mich betrogen und verletzt hat? Ich muss sagen, die Hoffnung, mich nun endlich rächen zu können, beruhigt und erheitert mich sehr. Wie oft hat uns Gercot mit seiner Wichtigtuerei gelangweilt, mit der er von der Wahl seiner künftigen Frau sprach, und mit seiner lächerlichen Einbildung, er würde dem unvermeidlichen Schicksal, dupiert zu werden, entgehen? Erinnern Sie sich seiner albernen Vorliebe für die klösterliche Erziehung der Mädchen und seines lächerlichen Vorurteils, dass die Blondinen sittsamer wären? Ich wette, er würde die Ehe mit Fräulein Volange niemals eingehen, trotz ihrer 60.000 Fr. Rente, wenn sie nicht blond und nicht im Kloster erzogen worden wäre. Beweisen wir ihm, dass er nur ein Idiot ist. Ich möchte, dass er als Idiot debütiert. Wie würde er am Tage nach der Hochzeit prahlen und wie würden wir lachen? Denn prahlen wird er. Und es müsste wunderbar zugehen, sollte Gercot nicht Tagesgespräch in Paris werden, nachdem die Kleine erst einmal in ihrer Schule der Verführung war, mein Lieber, wie kommt. Die Heldin dieses Romans verdient übrigens ihre größte Aufmerksamkeit. Denn sie ist wirklich hübsch, erst 15 Jahre alt und wie eine Rosenknospe. Gar nicht geziert, aber dumm und lächerlich naiv, wovor ihr Männer ja keine Angst habt. Im Übrigen hat sie noch einen vielversprechenden Ausdruck in den Augen. Kurz und gut, ich empfehle sie Ihnen und so brauchen sie sich nur noch bei mir zu bedanken und gehorchen. Dieser Brief ist morgen früh in ihren Händen. Ich erwarte, dass sie morgen Abend um sieben bei mir sind. Bis acht Uhr empfange ich niemanden, nicht einmal meinen derzeitigen Liebhaber. Wie Sie sehen, macht mich die Liebe nicht blind. Um acht Uhr haben sie ihre Freiheit. Um zehn kommen sie wieder, um zusammen mit der Schönen bei mir zu soupieren. Denn Mama und Tochter werden bei mir zu Tisch sein. Adieu! Zweiter Brief Der Vicomte von Valmont An die Marquise von Merteuil in Paris Ihre Befehle entzücken mich, die Art und Weise, wie sie sie geben, noch mehr. Sie machen ein, das unbedingte Gehorchen lieben. Sie wissen, es ist nicht das erste Mal, dass ich bedauere, nicht mehr ihr Sklave zu sein. Und wenn sie mich auch ein Ungeheuer nennen, so erinnere ich mich doch immer mit großem Vergnügen der Zeiten, da sie mich mit süßeren Kosenamen bedachten. Oft wünsche ich mir, ich könnte diese Kosenamen wieder verdienen und der Welt mit ihnen zusammen ein Beispiel ewiger Treue geben. Aber größere Dinge erwarten uns. Erobern, das ist unsere Bestimmung. Und man muss ihr folgen. Denn ohne sie kränken zu wollen, meine schöne Marquise, muss man zugeben, dass sie mit mir Schritt halten. Seitdem wir uns trennten, predigen wir jeder seinerseits die Treue und den Glauben. Und mir scheint, dass sie in dieser Liebesmission mehr Proselyten machten als ich. Ich kenne ja ihren Eifer, ihre hingebende Inbrunst. Und wenn jener Gott uns nach unseren Werken beurteilen würde, müssten sie die Schutzpatronin in einer großen Stadt werden, während ich, ihr Freund, nur der Heilige eines Dorfes würde. Diese Sprache erstaunt sie nicht wahr? Aber seit acht Tagen höre und spreche ich keine andere. Nur, um mich darin noch zu vervollkommenen, muss ich ihnen ungehorsam sein. Aber werden sie nicht böse und hören sie mich an. Als Mitwisserin meiner Herzensgeheimnisse will ich ihnen den größten Plan anvertrauen, den ich je gehabt habe. Was schlagen sie mir vor, ein junges Mädchen zu verführen, das weder etwas kennt, noch etwas gesehen hat, das mir gewissermaßen ohne Gegenwehr preisgegeben ist, das einem ersten verliebten Sturm erliegen wird, und das dabei mehr von der Neugierde geleitet, als von der Liebe. Zwanzig andere Männer könnten dasselbe ausrichten. Nein, nein, mein Plan ist ein anderer. Und sein Erfolg wird mir ebenso viel Ruhm wie Vergnügen bereiten. Sie werden, meine schöne Freundin, von heiligem Respekt vor mir erfüllt werden und mit Enthusiasmus ausrufen, das ist der Mann meines Herzens. Sie kennen doch die Präsidentin von Tourvelle, ihre Frömmigkeit, ihre eheliche Treue und ihre strengen Grundsätze. Das ist mein Gegner und ein Feind, der meiner würdig ist und das ist das Ziel, das ich erreichen will. Sie müssen wissen, dass sich Ihr Mann, der Präsident Tourvelle, in Burgund auffällt, eines Prozesses wegen. Ich hoffe ihn aber, einen wichtigeren Prozess verlieren zu lassen. Seine untröstliche andere Hälfte aber soll ihre betrübenden Zeiten hier verbringen. Jeden Tag eine Messe, Gebete des Morgens und des Abends, fromme Unterhaltungen mit meiner alten Tante, das sollen ihre einzigen Zerstreuungen sein. Mein guter Genius hat mich hierher geführt, zu Ihrem und zu meinem Glück. 24 Stunden habe ich zu bereuen, die ich konventionellem Gerede geopfert habe. Welche Strafe zwänge man mich jetzt nach Paris zurückzukehren? Meine gottesfürchtige Tante hat mich gedrängt, ihr einige Tage zu opfern. Sie können sich denken, wie bereit ich war, aber Sie können sich keinen Begriff davon machen, wie meine Tante mich seitdem verhätschelt. Wie sie darüber erbaut ist, mich so regelmäßig beim Beten und in der Messe zu sehen. Sie hat keine Ahnung von der Gottheit, die ich in der Kirche anbete. Seit vier Tagen bin ich also an eine heftige Leidenschaft gebunden. Sie kennen mein Temperament und wie ich Hindernisse nehme, aber Sie wissen nicht, wie köstlich die Einsamkeit meine Begierde steigert. Ich kenne nur noch dieses eine. Ich denke daran am Tage und träume davon des Nachts. Ich muss diese Frau haben, um nicht der Lächerlichkeit zu verfallen, verliebt zu sein. Verliebt? Wohin führt uns nicht ein ungestilltes Verlangen? Köstliches Verlangen? Ich beschwöre dich um meines Glückes und besonders um meine Ruhe willen. Wie glücklich sind wir, dass sich die Frauen so schlecht verteidigen. Wir wären sonst schüchternes Sklaven neben Ihnen. Ich verspüre jetzt eine Art Dankbarkeit für die gefälligen, leichten Frauen. Ein Gefühl, das mich natürlich vor ihre Füße führt. Und da knie ich nieder, bitte um Verzeihung und endige hiermit meinen allzu langen Brief und sage Ihnen Adieu, meine sehr schöne Freundin und keinen Groll. Vielen Dank. Vielen Dank.